Heute zeige ich euch einen meiner schönsten Arbeitsplätze mit meinem Opal Office am Capo Grosso an der Nordküste von Corsica. Ein Tisch, ein Stuhl und diese unglaubliche Aussicht. Was braucht man mehr, um kreativ zu arbeiten? Kein Straßenwert, keine Ablenkung, nur ich und meine Gedanken. Natürlich brauche ich auch einige technische Hilfsmittel, damit mein Arbeitsplatz funktioniert. Einer Laptop, einer Powerbank für den ganzen Tag und natürlich eine gute 4G-Verbindung. Wenn der Tag zu Ende geht, gibt es nichts schöneres, als im Sonnenuntergang meine Ideen Revue passieren zu lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen. Oh, feierabend.